Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich möchte mich heute mal mit zwei Fragen beschäftigen, die mir sehr häufig in letzter Zeit gestellt werden. Also als allererstes, wie schnell kann man eigentlich profitabel mit meiner Ausbildung, mit meinem System traden? Und die zweite Frage ist, die mir auch häufig gestellt wird, Markus, sag mal, wie profitabel tradest du eigentlich? Beide Fragen werde ich jetzt zusammenfassen und in dem Video mal genau darauf eingehen. Alles klar, bis gleich. Wie lange benötigst du eigentlich, um mein System profitabel zu traden? Also meine Komplettausbildung, das Smart Money System. Falls du es noch nicht kennst, schau dir mal meine anderen Videos an oder geh auf die Internetseite www.volume-trader.de. Ich werde das auch hier nochmal einblenden und unten in die Beschreibung den Link reinsetzen. Ja, wie schnell ist man eigentlich profitabel, wenn man meine Ausbildung zum professionellen Volumen-Trader macht? Wenn ich dir jetzt sage, du kannst es von Anfang an, du bist von Anfang an direkt profitabel, wenn du die Zeit investierst und das System richtig erlernst. Voraussetzung ist natürlich, dass du meine Ausbildung mindestens einmal absolvierst. Also das ist ja eine Video-Ausbildung. Du solltest die Ausbildung mindestens einmal durcharbeiten. Besser wäre zwei- oder dreimal. Je nachdem, wie lange du brauchst, bis du alles verinnerlicht hast. Und dann, wenn du an den Markt gehst und das Verständnis schon hast, dann bist du direkt profitabel. So war es bei mir, so ist es bei meinen Teilnehmern, bei meiner Community bis jetzt, was ich an Feedback zurückbekomme. Und ja, wenn du es verstanden hast, das ist das Gute bei meinem System und beim Volumen-Trading, wenn du es erstmal verstanden hast, worum es geht und du hast das System verinnerlicht, dann kommt es nur noch auf die Erfahrung an, die du mit der Zeit aber auch bekommst. Dafür brauchst du dann die Zeit, um die Erfahrung zu bekommen, um eine höhere Trefferquote zu bekommen, um noch besser, um noch profitabler zu traden. Aber profitabel mit einer ordentlichen Trefferquote bist du von vornherein, von Anfang an, wenn du das Wissen aus meiner Ausbildung verinnerlicht hast. Dazu werde ich jetzt auf meinen Monitor einmal wechseln und dir mal etwas dazu zeigen, auch zum Thema Performance. Was habe ich für eine Performance? Ich werde das zusammenfassen. Ich werde dir jetzt mal meine Performance zeigen, die ich damals ganz am Anfang erzählt habe, um dir auch zu beweisen, ja, du kannst wirklich profitabel von Anfang an sein und noch viel besser ist. Ich war damals auf einen Markt limitiert. Heute trade ich ganz, ganz viele Märkte, was mir noch viel mehr Möglichkeiten gibt. Das lernst du aber auch in meiner Ausbildung. Dazu werde ich aber gleich in dem Video auf meinem Monitor dann auch nochmal etwas zu erzählen. Alles klar. Wechseln wir auf meinen Monitor und dann geht es weiter. Dann zeige ich dir, was ich meine. Okay, los geht's. Ich trade mit der Plattform Volvix. All die Informationen bekommst du auch auf meiner Webseite. Schau es dir einfach an oder schau dir meine anderen Videos an. Ich zeige in einem anderen Video auch die Plattform, wie ich dort trade. Und jetzt im Order Window, also dort, wo wir traden, haben wir die Möglichkeit, uns ein Statement anzuzeigen. Ich hole das mal hier rüber. Das ist mein Statement aus meiner Anfangszeit, aus meiner Zeit, als ich das Volumen Trading gelernt habe. Und wie du siehst, ich habe hier einen Zeitraum von 1.6. bis 15.8.2016 eingegeben. Du siehst aber hier, es geht nur bis zum 22.7. Und wenn man ganz runter schaut, geht es hier erst beim 27.6. los. Am 27.6. waren meine ersten Trades, die ich gemacht habe. Und dann am 22.7. bin ich in den Urlaub gegangen und bin Mitte August wiedergekommen. Aber das ist völlig egal. Erstmal, wir schauen hier jetzt mal. Ich habe also in weniger als einem Monat, das siehst du hier oben, 3.847 Dollar Profit gehabt. Und du siehst, meine ersten Trades, die ich hatte, waren alle profitabel. Dann kam hier mal ein Minus dazu und dann ging es weiter. Hier kam mein Minus. Ich scrolle einfach mal hoch und du siehst viele, viele, viele grüne Zahlen und wenige rote Zahlen. Und das ist hier nichts Gefaktes. Das ist einfach direkt aus Wolvix raus. Du siehst, ich kann hier alles ändern. Ich kann hier ein Datum ändern. Ich kann alles auswählen. Das ist nichts Ausgedachtes, sondern das ist die Tatsache. Ja, und 3.847, nach einem Monat überhaupt, Volumen-Trading, hört sich ja schon mal ganz gut an, oder? Wenn man hier schaut, so fing es an. Ich habe mich ganz langsam herangetastet mit ganz kleinen Gewinnen, um wirklich zu sehen und zu verstehen, ja, verstehst du es eigentlich? Oder festzustehen, ob ich es verstanden habe. Und dann ging es immer besser. Höhere Gewinne, kleine Verluste, höhere Gewinne und so weiter und so fort. Ich zeige dir auch nochmal den Performance Report. So sah das aus. Und du siehst hier unten, Number of Profit Trades sind 122 profitable, also im Profit abgeschlossene Trades, 25 Verlierer-Trades und 28 Zero-Trades, also Break-Even, also im Grunde mit 0 Dollar raus. Wenn du das ausrechnest, das sind knapp in meinem allerersten Monat des Volumen-Tradings 70%. Und das, was ich eben gerade meinte mit der Erfahrung, 70% ist für den Anfang. Und später steigerst du deine Trefferquote anhand deiner Erfahrung immer und immer weiter. Und andere, die es jahrelang machen, träumen von, ich weiß nicht, 50%. Und ich und auch meine Community reichen jetzt schon um die 70% als blutiger Anfänger. Und ich werde am Ende dieses Videos auch noch ein Bild, eine Statement von einem meiner Teilnehmer einfügen. Ich werde auch das Video unten verlinken, ich hätte einen YouTube-Channel gemacht, weil er mal Feedback zu meiner Ausbildung geben wollte, dass du siehst, okay, bei ihm waren es zwei Wochen erst, aber es sieht genauso ähnlich aus in der Community, die ich gegründet habe. Also wir haben eine Facebook-Gruppe, wo alle Teilnehmer reinkommen können und sich untereinander austauschen. Dort werden täglich fleißig Trades gepostet und gezeigt, dass es verstanden wird und dass meine Teilnehmer direkt profitabel unterwegs sind. Okay, 70% für den Anfang ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Und ja, so ging es weiter. Ich bin in den Urlaub gegangen und habe dann auch das Konto gewechselt, weil ich gesagt habe, komm, jetzt willst du unter realen Bedingungen mal üben. Ich hatte mir das hier umbenannt, BIC 100.000, also das hatte ich als 100.000er-Konto gelassen. Ich hatte damals, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, mit 20.000 oder 25.000 angefangen, mit Echtgeld, wo ich gesagt habe, ich möchte dort dann mal unter realen Bedingungen auch schauen, ob es dann funktioniert. und das können wir jetzt mal machen. Das war small 25.000 und das war dann der 15. August, bin ich wiedergekommen. Das war dann der Montag und wir stellen aber jetzt mal hier einen Monat ein, bis zum 15. September und schauen, was habe ich denn eigentlich in diesem Monat geschafft. So, unter realen Bedingungen 3.955 Dollar in einem Monat als Anfänger. Es geht dort weiter, wo ich aufgehört hatte. Und ja, hier ist einiges an Minus auch mal dabei, trotzdem ein großes Plus. Ich habe mich dann auch mal in anderen Märkten versucht, wie du hier siehst. Und ja, genau so sieht es wieder aus. Hier, ich bin aus dem Urlaub gekommen, es ging los, ein kleines Minus und Profit, 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 Profit. Und das ist kein Zufall. Ja? Okay. Was wollte ich noch sagen? Ich werde das Video hier auch gar nicht so in die Länge ziehen. Ich wollte hier mal ein kleines Statement abgeben und zeigen, wie sieht es aus, was kannst du erwarten, wenn du dich für mich entscheidest, wenn du, wie gesagt, mein Produkt noch nicht kennst. Geh auf meine Internetseite oder guck dir meine anderen Videos an, schau dir meine anderen Videos an. Was ich noch sagen wollte, ich war damals sehr auf den S&P 500 limitiert, also es ist ein amerikanischer Index. Heute trade ich, egal ob es Devisen sind, ob es Rohstoffe sind, ob es Anleihen sind, ob es andere Indizes sind, also so ein Index wie ein S&P 500 und, und, und. Ja, das bekommst du alles in meiner Ausbildung. Ich werde dir die besten Märkte meiner Meinung nach präsentieren. Du hast aber mit dem Wissen, welches du in meiner Ausbildung bekommst, auch die Möglichkeit, andere Märkte zu finden, die du gerne traden möchtest. Ich werde dir auch detailliert genau sagen, auf was zu achten ist, was, was ist von Vorteil zu, also was ist als Vorteil zu traden, welchen Vorteil, welcher, was, nee, um anders zu sagen, bla bla bla. Wie erkennst du gute Märkte? Märkte, die wir mit meinem Handelssystem gut traden können und welche sind wiederum nicht geeignet dafür. All das lernst du auch in meiner Ausbildung, dass du danach ein wirklich selbstständiger, ein voller Volumentrader bist, ein professioneller Volumentrader und du nicht limitiert bist auf irgendeine Strategie, die nur so funktioniert und nur in dem Markt. Nein, du bekommst das Wissen, ein komplettes Wissen und kannst später deinen Handel selbst so ausrichten, wie du es gerne möchtest. Hatte ich noch was aufgeschrieben? Ja, nee, das war es eigentlich. Was ich noch aufgeschrieben hatte, ist, dass du siehst, dass es funktioniert, von Anfang an profitabel zu sein, um diese Frage jetzt allgemein und generell mal zu klären, weil diese Frage wird mir oft per Mail gestellt, wie profitabel bist du eigentlich und wie profitabel kann ich eigentlich sein und wie schnell, wenn ich deine Ausbildung abschließe, kann ich profitabel sein? So schnell. Schau dir das Video gerne nochmal an. Und ja, danach kommt es dann nur noch auf die Erfahrung an. Sprich, du bist profitabel, das ist ja im Grunde auch schon Luxus für die meisten und dann baust du deine Erfahrung mit der Zeit auf und wirst noch profitabler. Voraussetzung ist für alle, das sage ich auch ganz ehrlich, ich will hier nichts verkaufen und sagen, du bist sofort der beste Trader der Welt. Nein, du musst natürlich Zeit investieren, du musst den Willen haben, es auch umzusetzen. Also es wird nicht so sein, dass du zu mir kommst und in einem halben Jahr bist du Millionär, nur weil du meine Ausbildung gekauft hast. Auf gar keinen Fall. Das musst du wissen. Du kommst zu mir, wenn du wirklich ein erprobtes, ein profitables System erlernen möchtest und professionelle Hilfe von mir haben möchtest, also dass ich dir zur Seite stehe, die Zeit, in der du es lernst und dann bist du genau richtig bei mir. Wenn du sagst, du möchtest gerne sofort, ganz schnell, ganz reich werden, ohne groß Zeit zu investieren, dann muss ich dir sagen, bist du bei mir und bei jedem anderen vermutlich an der falschen Adresse. Aber das, was ich höre an Mails, an Telefonaten oder was auch immer ich führe, ihr wisst, worauf es ankommt, das finde ich richtig cool, ihr wisst, dass es mit Arbeit verbunden ist. Viele von euch sind sowieso schon lange dabei, sie versuchen es mit Markttechnik oder so profitabel zu werden, schaffen es aber nicht. Also da sehe ich, der Einsatz ist vorhanden und genau die Leute suche ich für meine Community und ja, lass uns was Großes zusammen entstehen. Ich freue mich richtig drauf. Ich freue mich aufs nächste Video. Wenn du Fragen hast, schreib mir wie immer. Wenn du Wünsche für zukünftige Videos hast, schreib mir auch gerne. Ich freue mich darauf. Mach's gut und bis zum nächsten Video. Ciao.